Unser spannendstes Projekt haben wir jetzt vor kurzem veröffentlicht und zwar war das 360-Grad-Rundgang durch das Planetarium hier in Hamburg, was natürlich wunderbar zusammengepasst hat. Die haben sich auf 360-Grad- und 3D-Visualisierung in ihrer Kuppel spezialisiert. Wir machen 360-Grad-Touren. Dementsprechend ist das ein wirklich tolles Ergebnis geworden und lohnt sich mal reinzuklicken. Vor allem unsere Rundgänge bieten auch ein 3D-Modell zur gleichen Zeit an und dadurch, dass wir die Kuppel, als sie bestrahlt wurde, auch mit aufgenommen haben, sieht das 3D-Modell natürlich auch besonders cool aus und es ist ein sehr gutes Ergebnis dabei rausgekommen.